Ich weiß Ihnen mal, was das ist. Das kommt das Fahrzeug aus der Ex-DDR und damals, in den 50er Jahren, war der, sagt man so, der Kalte Krieg, sagt man auch so, auf der Ex-DDR, da gab es einen Flugplatz, ein tarnierter, sagt man so, Flugplatz, getarnt, und da sollte kein Kontrollturm stehen, denn Kontrolltüren sind von den Satelliten leicht, leicht, ich will mal, und dann haben die diesen Robo gerannt, umgebaut, das ist kein,